ich bin erster martin schiller und vielleicht werden die ersten sein als rückspiegel ja das hütchen was so hochgewirbelt das kam bei mir ins cockpitt ich habe ein bisschen angst vor dem sprung wollte gerade sagen wieso ausgerechnet in den dingern der muss doch wirklich kurbeln hast du mit dem rallye crosswagen nicht so gekurbelt? nein was war das für ein lustiger hüpfer kurbeln der lecker ist nicht wirklich fest glaube ich flat out man da kommt einer vorbei das überlegt er sich nochmal nicht wenn ich es verhindern kann ich habe ihn gedreht ist dafür noch ein anderer vorbei und ich habe mich hier an der kante festgefahren kamer Fastes Final Sector, ja das ist toll. Martin hat die Joker Lab genommen, hätten wir die doch nehmen müssen? Das sehen wir ja gleich. Ich bin schön, dass es hier von Hot Wheels gesponsert ist. Ich muss da kurbeln, kann ich überhaupt nicht. Okay. Ich weiß nicht so ganz was da passiert ist, aber... Runterschalten wäre gut gewesen. Widersprung. Ich joker einfach mal. Trich eh keinen mehr. Mein Lecker hat sich los gedreht. Ich hing fest. Ich hab mich aufgebockt. Okay. Moment. Moment. Moment, warte, warte, tu nichts. Moment. Festhalten. Danke. Okay, du bist einfach nur hochgehüpft und stehst jetzt quer. Ah, hier kann man nicht rüber, das ist die Sache. Da ist eine unsichtbare Mauer. Okay. Das war schade, ich war erster und hatte zwei, drei Sekunden Nachstand. Wie komm ich denn jetzt hier wieder weg? Ah, hier. Ah. Zu früh. Das Problem ist, ähm, das Schalten beim Kurbeln. Ich wollte zum Beispiel jetzt gerade runter schalten, jetzt habe ich leider in den dritten hochgeschaltet. Ich muss mal eine Tischdecke holen und unsere Grenze anlesen. Jetzt fällt der hier an. Ne? Vorbei. Ich wurde in die Box gestellt. DNF? Was? Ich auch nicht. Ich dachte, ich bin auch durch. Interessant. Du bist eigentlich spätestens durch, als ich dich durchgerammt habe. Ja. Eigentlich schon. Ich hatte ja eine Runde mehr als du. Okay. Ich bin zu viel kurbeln.